Stormy Webster, 4, verwöhnt ihre Mama. Kylie Jenner, 24, ist dafür bekannt, ihr Leben mit der ganzen Welt zu teilen. Dabei gibt das Model auch immer wieder kurzer Einblick in den Alltag mit ihren Kindern. Gemeinsam mit Travis Scott, 31, hat sie die kleine Stormy und ihren im Februar geborenen Sohn, dessen Name noch nicht bekannt ist. Auch jetzt begeisterte der Keeping Up Vistica der She-An-Study-Fans wieder mit einem zuckersüßen Video seiner Tochter. Auf Instagram teilt Kylie eine Aufnahme von Stormy, in der sie Kaffee für ihre Eltern zubereitet. Sie liebt es, mehr Kaffee zu machen, schreibt der Reality-TV-Star in einer Textanblendung zu den herzerwärmenden Bildern. Ich habe euch zwei gemacht, sagt die Vierjährige stolz. Anschließend gibt sie noch etwas Sahne zum frisch gemachten Morgenkaffee hinzu und ihre Mutter bedankt sich liebevoll bei ihr. Bereits am Montag versüßte Kylie ihren Following mit einem niedlichen Bild von Travis und seinen beiden Kindern den Tag, und zeigte zum ersten Mal mehr von ihrem Sohn. Der Kleine liegt eingekuschelt auf der Brust seines Papas, während dieser genüsslich ist. Der Kleine liegt ebenfalls daneben und kuschelt sich an Travis. Tipps für Bromiflash? Einfach E-Mail an, tips at Bromiflash. D 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